so mein kleiner feuersturm tut jetzt doch also dann machen wir doch mal einfach mal hier versuchen wir mal wie das aussieht so ja okay ich kann das auch wieder hier ein bisschen fliegt er nicht mehr vorwärts so er ist weg jetzt bleibt er irgendwie hängen ich kann nicht mehr vorwärts fliegen schade mit wie geht das auch nicht gleichzeitig die maustaste drücken das ist ja irre so jetzt werde ich mal ein bisschen weiter weg fliegen mächtiger suchen wunderbar das ist ja wie bei dragan so 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 so